So, und jetzt, liebe Rapid-Fans, freut es mich ganz besonders, gleich neben dem Training unserer Kampfmannschaft unseren neuen Cheftrainer von Rapid2 begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen zurück in Hütteldorf, Stefan Kulowicz. Hallo, ja, freut mich wieder da zu sein. Kula, wie groß ist die Freude über diese neue Aufgabe, Cheftrainer von Rapid2? Ja, es hat doch alles extrem schnell gegangen, also ich muss das erst einmal auch so für mich wahrnehmen, was da jetzt passiert ist in den letzten Stunden. Aber ja, es ist natürlich der Betenwechsel jetzt wieder, aber zu keinem ganz neuen Verein, also ich weiß, wie der Verein tickt, ich weiß, welche Tugenden gefragt sind und das werde ich versuchen, die Jungs weiterzugeben. Was nimmst du dir vor für die frühe Saison mit Rapid2 in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs? Ja, ich finde es immer ein bisschen doof, über Platzierungen zu sprechen. Ich denke, gerade in der Position jetzt, wo ich bin, ist es wichtig, dass man so viele Spieler wie möglich für oben vorbereitet auf das, was danach kommt, das Profigeschäft. Und ja, Entwicklung als Spieler und als Menschen steht so im Vordergrund für mich. Wir reden noch ganz kurz über das Trainerteam. Patrick Joanovic war jetzt ja zuletzt Cheftrainer, wird dein neuer Co-Trainer, auch hier die Vorfrau der Groß? Ja, in Jovo habe ich es noch nicht ganz so nah kennengelernt, aber das wird jetzt in der nächsten sehr, sehr intensiven Vorbereitungszeit passieren und ja, natürlich erkundigt man sich immer und ich habe nur das Beste gehört über den Jovo und da freue ich mich extrem drauf, ja. Alles klar. Und Steffen Hoffmann, ein langjähriger Wegbegleiter von dir, bleibt auch so in der Nähe deines Teams als Schnittstelle als Sportkoordinator? Ja, es ist natürlich super schön, wenn man Leute um sich hat, wo man auch schon weiß, wie die ticken, die den Verein kennen, wissen, was hier gefragt ist und ja, ich glaube, da sind wir jetzt relativ viele schon, wenn man es im Vergleich zu den letzten Jahren hat und ja, ich glaube, da müssen wir hin, dass das Leute da am Werken sind, die wissen, wie der Verein tickt. Abschließend noch, wie gut tut es, das Rapid-Wappen wieder auf der Brust zu haben? Ja, das habe ich der Mannschaft gerade schon mitgeteilt, also war schon ein sehr, sehr schöner Moment, wie ich da runter geschaut habe, das Rapid-Logo wieder auf der Brust zu haben und ja, 17 Jahre vergeht natürlich nicht. Ich habe auch immer meine Ziele geäußert, die haben sich auch immer rund um Rapid abgespielt und deswegen bin ich sehr, sehr froh, wieder daheim zu sein. Lassen wir stehen. Vielen Dank und herzlich willkommen zurück, Stefan Kulowicz.